Das ist eine Spur dynamischer zu. Das ist jetzt so eine Art Kreis-Spiel XXL. Wobei der mittlere Spieler mit dem grünen Leibchen. Das richtige Erkenntnis der Anspieler, das ist in diesem Fall Philipp Lahm. Spieler mit blauem Leibchen, mit grünem Leibchen. Und dann gibt es die vier mit dem roten Trikot. Man automatisiert sich das dann. Und so hat man dann die Ballsicherheit, die der FC Bayern auch immer wieder zeigt, am Tag legt. An die tollen Leistungen der abgelaufenen Saison anknüpfen kann. Die Kommandos von Thomas Müller. Der Top-Skorer. Und dann am 12. Juli steht das erste Testspiel an. Im Rahmen des Kilikon-Cups gegen den FC Augsburg. Martinis macht einen absolut fitten, stabilen Eindruck. Er hat ja so ein fantastisches DFB-Pokal, ob defensiv im Mittelfeld oder eben im Zentrum in der Abwehrkette. Er hat vonقen ist nun einmal gut.